Hat Bayern-Star Joshua Kimmich etwa schon jetzt eine Zukunftsentscheidung getroffen? Auch bei Borussia Dortmund gibt es gute Transfer-Neuigkeiten. Und was ist da los bei Florian Bürz? Und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Ihr könnt schon am Titel erkennen oder an dem, was ich euch gerade erzählt habe. Es ist ein bisschen was passiert, über das wir uns unterhalten müssen. Deswegen möchte ich gar nicht zu viel Zeit verlieren. Ihr kennt das Ganze. Falls es euch hier gefällt, dann lasst mir natürlich sehr gerne einen Daumen nach oben da und auch gerne ein Abonnement. Und ganz wichtig, schreibt mir auch sehr gerne eure Meinung zu den ganzen Themen in die Kommentare. Damit haben wir aber genug erzählt. Ich würde sagen, wir starten direkt rein. Ja, mit einem Namen, um den es in den letzten Wochen, Monaten, vielleicht sogar seit einem Jahr eigentlich gar keine Pause gibt. Weil sich die große Preisfrage stellt, wie geht es für ihn nächsten Sommer weiter? Er hat eine überragende Saison hinter sich. Und auch in dieser Saison spielt er einen ganz, ganz wichtigen Part, dass sein Team so erfolgreich bis dato ist. Und zwar ist die Rede selbstverständlich von Florian Bürz. Ja, ich glaube, über seine Qualitäten brauchen wir nicht großartig sprechen. Die sind bekannt. Es ist immer so ein Hin und Her. Ja, was man nicht schon alles gelesen hat. Real Madrid, der FC Barcelona, die Bayern, Manchester City. Alle sollen sich für Bürz interessieren. Besonders die Bayern sollen ja die Nase vorne haben. Das ist zumindest das, was vor ein paar Tagen berichtet wurde. Dass Bürz, wenn er wechselt, dann zum FC Bayern möchte und sich erstmal dort weiterentwickeln will. Aber klar ist auch, es gibt noch keine finale Entscheidung. Und ebenfalls ist klar, dass Bayer Leverkusen alles versucht, um Bürz vielleicht doch noch davon zu überzeugen, ein bisschen länger zu bleiben. Klar, also wieso denn nicht? Und genau hier könnte diese Hoffnung aber auch bald Realität werden. Weil, da kommen wir jetzt nämlich zum spannenden Thema, da sprechen jetzt andere Berichte drüber, dass eine Vertragsverlängerung von Florian Bürz gar nicht unrealistisch ist. Ja, Bayer Leverkusen hat sozusagen den Vorschlag oder soll diesen Vorschlag unterbreiten, dass man den bis 2026 laufenden Vertrag bis 2028 verlängert. Ja, dann hätten natürlich die Leverkusener eine außerordentlich gute Verhandlungsposition, selbst wenn er dann vielleicht in zwei oder drei Jahren wechseln wollen würde. Und was jetzt erstmal natürlich nach einer guten Idee auf Leverkusener Seite klingt, scheint auch für die Seite von Florian Bürz, ob das jetzt er selbst oder sein Vater als Manager ist oder auch viele andere, scheint gar nicht so abwegig zu sein. Ja, man soll da konkret drüber nachdenken, weil für Bürz, beziehungsweise auch für seinen Vater, soll nicht unbedingt dieser schnelle große Schritt wichtig sein und dieses große Geld, sondern erstmal die Entwicklung, ja. Und die kann er natürlich bei Bayer Leverkusen unter Umständen auch außerordentlich gut fortführen, wenn sie zum Beispiel sich auch nächstes Jahr für die Champions League qualifizieren und wenn es eben auf Top-Niveau weitergeht, wie es einfach aktuell läuft. Und dementsprechend ist es tatsächlich so, dass sich die Wirt-Seite damit, wie man hört, auf jeden Fall auseinandersetzt. Also das würde dann das Ganze, was da vor ein paar Tagen berichtet wurde, nochmal so ein bisschen mit Fragezeichen versehen. Also ihr merkt natürlich, es ist ganz, ganz schwer aktuell einzuschätzen. Es ist ja auch noch sehr jung in dieser Saison. Es ist durchaus möglich, dass er zum FC Bayern wechselt, aber wenn das wirklich so ist, dann ist es auch durchaus denkbar, dass er in Leverkusen bleibt und sein Vertrag zumindest mal um zwei Jahre verlängert, was ja nicht heißt, dass er dann bis 2028 dort bleibt, aber es würde auch den Leverkusenern so eine etwas angenehmere Position verschaffen. Bis jetzt soll es auch nur Gespräche mit Bayer Leverkusen geben. Es sollte tatsächlich noch keine Gespräche mit anderen Vereinen geben, auch wenn die Bayern ja zum Beispiel schon immer wieder mit der Familie Wirtz im Austausch stehen sollen. Ja, dementsprechend mal abwarten, ja, aber wenn man das hier so hört, dann ist es vielleicht gar nicht so undenkbar oder gar nicht so unwahrscheinlich, dass Florian Wirtz vielleicht auch über diese Saison hinaus im Trikot von Bayer Leverkusen spielen wird. Aber das werden wir dann in den kommenden Monaten sehen. Bei dem Thema Entscheidungen und bei einem Thema, wo es auch ein bisschen schneller gehen muss als 2026, kommen wir selbstverständlich auch nicht um Joshua Kimmich drumherum. Was für Wirtz gilt, gilt auf ungefähr gleiche Art und Weise auch für Joshua Kimmich. Ja, es war auch bei ihm oder es ist bei ihm noch immer diese ganz, ganz große Frage, wie geht es für ihn weiter? Ja, die letzte Saison war nicht persönlich für ihn jetzt gesehen wirklich erfolgreich. Klar, die Bayern waren auch nicht erfolgreich, aber besonders unter Thomas Tuchel musste er viel Kritik einstecken. Und auch spielerisch gesehen konnte er nicht so das entfalten, was eigentlich in ihm steckt. Das sieht unter Vincent Kompany schon ganz anders aus. Er spielt wieder eine tragende Rolle und er ist auch ganz, ganz wichtig. Er ist im Mittelfeld klar gesetzt neben Alexander Pavlovic. Und dementsprechend ja auch klar, dass die Bayern aktuell alles versuchen, um mit Joshua Kimmich zu verlängern. Auch wenn es in den letzten Monaten immer wieder Berichte gab, dass ein Wechsel vielleicht sogar im vergangenen Sommer oder dann spätestens im nächsten Sommer durchaus realistisch ist. Er wäre dann natürlich auch ablösefrei zu haben, was schon sehr interessant ist für viele Teams. Also auch da, Paris Saint-Germain soll nicht locker lassen. Der FC Barcelona mit Hansi Flick. Selbst Real Madrid wird teilweise genannt als Kandidat. Ist ganz klar, ein ablösefreier Spieler, der solche Qualitäten mit sich bringt und eigentlich sonst so teuer wäre. Das ist ja nicht ungewöhnlich, sagen wir es mal so, dass dann alle Teams bei ihm Schlange stehen und anklopfen. Aber das, was man jetzt so hört, was jetzt neue Berichte auch so ans Tageslicht bringen, ist, dass eine Vertragsverlängerung in München gar nicht unvorstellbar ist. Also genauso wie bei Wirtz, sondern dass sogar die Tendenz ganz klar Richtung Verbleib in München geht. Ja, auch wenn Kimmich die letzten Wochen, Monate und vielleicht sogar Jahre nicht die einfachste Zeit beim Rekordmeister hatte, soll er trotzdem auch einer Vertragsverlängerung offen gegenüberstehen. Die einzige Frage, die es da halt noch so gibt, ist, muss er dann eventuell auch auf Gehalt verzichten? Das wurde ja auch immer wieder berichtet, um die Gehaltsstruktur der Bayern so ein bisschen wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Dass er dann vielleicht ein paar Millionen Euro auf ein paar Millionen Euro verzichten müsste. Ebenfalls wie bei Wirtz gibt es auch hier noch keine finale Entscheidung, weil aktuell möchte man sich voll und ganz auf diese Saison konzentrieren. Man hat große Ziele, man möchte mit dem FC Bayern wieder erfolgreich werden. Genauso wie Joshua Kimmich natürlich auch selbst erfolgreich sein will. Ich muss ehrlicherweise sagen, der FC Bayern ohne Joshua Kimmich ist fast schon für mich zumindest aktuell gar nicht mehr vorstellbar. Also klar, letzte Saison war nicht seine, aber mittlerweile ist er so wichtig. Und es wurde ja auch oft schon von den Bossen öffentlich darüber gesprochen, dass man sich wünscht, dass Kimmich dann sozusagen seine Karriere vielleicht auch erst in ein paar Jahren beim FC Bayern beendet. Und für mich ehrlicherweise wäre es auch, die richtige Entscheidung zu verlängern. Aber vielleicht seht ihr das Ganze auch anders. Genug vom FC Bayern. Wir müssen natürlich auch über Borussia Dortmund sprechen. Auch da ist nämlich jetzt am heutigen Mittag, Nachmittag, was auch immer, ein bisschen was passiert. Und zwar war man ja im Sommer sehr fleißig. Also auf dem Papier hat man ein wirklich starkes Transferfenster hingelegt. Da gab es viel Lob für. Man hat sich eigentlich auf jeder Position verstärkt. Und das sah wirklich sehr, sehr ordentlich aus. Mittlerweile muss man sagen, es gibt schon noch ein paar Probleme. Also die neuen Transfers kommen noch nicht ganz so zum Zug. Ein paar zumindest, ein paar andere schon. Aber ja, ein Name, der dazu gehört, der dann relativ spät im Sommer noch verpflichtet wurde, ist Jan Quoto. Ja, der ja am Anfang dann verletzungsbedingt mal raus war, dann noch nicht so richtig wichtig wurde. Aber als Nuri Shahin dann auch das System so ein bisschen umgestellt hat, ist er jetzt auf einmal gesetzt. Hat jetzt viele Spiele gleich von Beginn an machen dürfen. Und der ist ja eigentlich im Sommer erst für ein Jahr per Leihe gewechselt. Man hat eine Leihgebühr, wie man hört, von circa 5 Millionen Euro bezahlt. Und jetzt, so ein bisschen aus dem Nichts, soll tatsächlich alles, was erforderlich war, um die Kaufpflicht greifen zu lassen, erfüllt sein. Und damit verpflichtet Borussia Dortmund Jan Quoto tatsächlich für 25 Millionen Euro fest. Also das ist eine ordentliche Summe, die jetzt dann zu bezahlen ist. Das wurde ja auch immer wieder so ein bisschen berichtet, dass die Kaufpflicht nicht ganz so schwer zu erfüllen ist. Dass man eben ihn aber erstmal ausgeliehen hat für eine Saison. Aber trotzdem muss oder darf, das könnt ihr euch jetzt aussuchen, muss man diese Kaufpflicht, also diese Kaufpflicht jetzt ziehen. Ja, ist auf jeden Fall eine stolze Summe. Da bin ich auch gespannt, was ihr sagt. Meint ihr, dass Jan Quoto den Dortmundern noch helfen kann? Also ich habe auch viele gesehen, die finden, das ist zu viel Geld für so einen Spieler. Mal abwarten, er ist noch so jung gefühlt bei Dortmund. Also er ist ja erst seit ein paar Monaten da. Dementsprechend vielleicht wird er noch wichtig, aber auf jeden Fall mal eine ordentliche Summe. Wir kommen zu guter Letzt aber auch noch zu guten Nachrichten. Die gibt es selbstverständlich auch noch und zwar bringen uns die zu Eintracht aus Frankfurt. Ja, die haben ja sowieso eine erfolgreiche Saison bis jetzt, über die sie sich freuen können. Es läuft perfekt genau eigentlich. In jedem Wettbewerb ist man genau da, wo man sein möchte. Jetzt auch am Wochenende gegen die Bayern ein sehr, sehr starkes Spiel auf dem Papier abgeliefert. Klar, es war nicht immer alles einfach, aber ergebnistechnisch hat die Mentalität gestimmt. Und ja, gute Nachrichten gibt es genau für eine einzige Person, aber vielleicht auch für alle anderen Fans, die sich darüber freuen. Und zwar geht es um Kawa Santos. Ja, ich denke, den Namen habt ihr jetzt auch so ein bisschen gehört. In den letzten Wochen hat er ja sehr auf sich aufmerksam gemacht, nachdem er ja unfassbar starke Leistungen im Tor erbracht hat, nachdem sich Kevin Trap ja verletzt hat. War ja jetzt oder ist jetzt immer noch raus gewesen, auch im Spiel gegen die Bayern. Und da hat Santos, wurde so ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen, aber hat das wirklich sehr, sehr gut gemeistert, diese Aufgabe. Er hat Weltklasse-Spiele hingeliefert, also zum Beispiel in der Europa League, aber auch gegen die Bayern ganz, ganz wichtige Paraden. Da gab es ja zum Beispiel auch Lob von Thomas Müller für Santos. Und ja, diese starken Paraden, diese starken Spiele haben ihm jetzt tatsächlich eine frühzeitige Vertragsverlängerung gesichert. Und demnach ist es auch schon offiziell, Santos verlängert seinen eigentlich bis 2028 laufenden Vertrag nochmal um zwei weitere Jahre. Somit bis 2030, was ja natürlich schon mal ein sehr großer Vertrauensbeweis ist, dass man einem dann doch noch sehr jungen Spieler einen Vertrag für so lange Zeit hinlegt. Aber klar ist auch, wenn Kevin Trap irgendwann sagt, er hört auf oder was auch immer. Ich meine, Kevin Trap, zumindest aus fußballerischer Sicht, natürlich auch nicht mehr der Jüngste, was nun mal auch irgendwann dazu gehört. Und Santos hat man jetzt gesehen, der ist auf jeden Fall ein passender Nachfolger. Er rückt jetzt erstmal wieder zurück auf Nummer zwei, weil Kevin Trap ja immer noch klar gesetzt ist. Aber in ein paar Jahren, wenn das so weitergeht, dann ist es durchaus denkbar, dass Santos dann die Langzeit Nummer eins wird im Tor der Eintracht. Das sind auf jeden Fall für ihn persönlich auch nochmal schöne Nachrichten. Und da muss man auch sagen, die hat er sich auf jeden Fall verdient, weil die Leistungen, die waren wirklich außerordentlich. Von mir war es das aber auch direkt schon wieder. Vielen Dank erstmal, dass ihr am Start wart. Ich hoffe, das Ganze hat euch wie immer gefallen. Wir sehen uns, wie gesagt, sehr gerne beim nächsten Video, beim nächsten Stream wieder. Danke euch für eure ganze Unterstützung und bis zum nächsten Mal.